die sich erfolgreich bewährt haben, wenn es zum Beispiel um Kernforschungsanlagen geht, die Verschmelzung und die Spaltung von Atomkernen, mit diesen Theorien gehen wir an Objekte heran, die außerhalb unserer Anschauung, oder können Sie sich vorstellen, also jetzt erzählen Sie mir noch nichts, dass Sie sich vorstellen können, wie groß ein Stern ist. Wir können uns ja nicht mal vorstellen, wie groß diese 400.000 Kilometer bis zum Mond sind. Und die Sonne hat einen Radius von 700.000 Kilometer. Ja, sieben, das ist praktisch, also jetzt mal unter uns so knapp das Doppelte von der Entfernung Erde-Mond. So groß ist ein Stern. Ich meine, man kann sich natürlich immer einen Gasball vorstellen, oder was. Aber doch nicht mit einem Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Also, nie im Leben. Das heißt, wir sind weit, 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 weit weg von dem, was wir uns irgendwie noch in Bildern tatsächlich klar machen können. Nix, da bleibt nix. Und glauben Sie es mir, auch kein Astronom kann sich was darunter vorstellen. Wenn ich von Lichtjahren rede, dann ist das nur Gewöhnung. Gewöhnung ans Absurde, ans Riesige, ans Gewaltige. Aber was ich damit sagen will, ist, die Methode funktioniert. Diese H2-Region mit einer Ausdehnung von zehn Lichtjahren, ja, erzählt uns über die Strahlung praktisch die gesamte Geschichte der Natur. Ich könnte Ihnen jetzt, wenn ich noch Zeit hätte, würden wir einfach weitergehen, würden wir fragen, ja, wo kommen denn die Elemente her, die wir, abgesehen von dem Wasserstoff, auch noch in dieser Wolke sehen? Also, sie kommen natürlich, das wissen Sie als alte Alpha-Zentauri-Seherinnen und Seher schon längst, längst Bescheid, da gibt es diesen Matthäe-Kreislauf, Sterne explodieren und so weiter. Ja, woher wissen wir denn das? Weil wir der Hypothese, dass die Naturgesetze überall die gleichen im Universum... Herzlich Willkommen bei Alpha-Zentauri. Es gibt ein merkwürdiges Phänomen in der Astrophysik. Das ist das Phänomen der sogenannten nahesten Objekte. Die scheinen sich immer deutlich von dem zu unterscheiden, was man sonst so von einer bestimmten Objektklasse kennt. Da gibt es zum Beispiel den nahesten Stern, also den nächsten Stern, um es korrekt zu formulieren, ist die Sonne. Die Sonne hat schon einige Eigenschaften, die sie deutlich von anderen Sternen unterscheidet. Sie dreht sich sehr langsam und offenbar hat sie auch noch ein Planetensystem. Die meisten Sterne, die wir sonst so sehen, haben nicht unbedingt Planetensysteme. Die meisten Sterne drehen sich auch viel schneller. Dann gibt es den nächsten Supernova-Überrest und den nächsten Pulsar und der unterscheidet sich auch deutlich von den Pulsaren, die wir sonst so kennen und so weiter. Und das sind immer die Objekte, die wir ganz besonders gut beobachten können. Da scheint man irgendwie Eigenschaften zu finden, die mit dem statistischen Mittel offenbar sonst nicht auftauchen. Und so ist das auch mit dem Objekt, von dem ich heute erzählen will. Das ist ein Objekt, das ist, wie weit ist es entfernt? 552 Lichtjahre von uns entfernt und es bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 120 km pro Sekunde, ich wiederhole, 120 km pro Sekunde durchs interstellare Medium und dreht sich mit einer Periode von 237 Millisekunden um seine eigene Achse. Es geht um Geminga, den Geminga-Pulsar. Die Sendung heute heißt »Was ist Geminga?« Das haben Sie Ihnen ja schon erzählt, aber das habe ich natürlich aus die Daten... Also, da sagen wir, das scheint so falsch nicht zu sein. So sieht es aus. Also, das ist ein Beispiel, was ich an dieser H2-Region eigentlich nur sagen wollte, ist, die Physik des Himmels oder die Physik des Universums ist außerordentlich erfolgreich. Indem sie etwas tut, was sonst eigentlich niemals erlaubt ist. Nämlich von sich auf andere zu schließen, sozusagen. Das ist ein ganz anthropozentrischer Angriff aufs Universum. Wir sagen, das, was die Menschen wissen über das Universum, das ist überall der Fall. Und Sie wissen ja, Erfolg bedeutet, dass man einfach im richtigen Moment die richtigen Fähigkeiten hat. Und so scheint es zu sein. Und so ist es, was die Menschen wissen, dass man einfach im richtigen Fähigkeiten hat. Damit ich Ihnen alles Mögliche erzählen kann, was mit diesem Pulsar eigentlich zusammenhängt. Denn Geminga ist ein außerordentlich interessantes Objekt. Das sehen Sie in dem nächsten Bild. Da sehen Sie also, wie... Sie können es also praktisch an der Form schon erkennen. Sie sehen den Strich und der gibt an, in welche Richtung sich das Objekt bewegt. Mit 120 Kilometer pro Sekunde. Und Sie sehen gewissermaßen auch den Schweif. Na, haben Sie ihn? Gut. Was ist das? Also kommen wir erstmal zurück. Kleine Kurse. Das Repetitorium. Was ist ein Pulsar? Ein Pulsar ist ein Neutronenstern. Was ist ein Neutronenstern? Ein Neutronenstern ist eine Sternleiche. Eine pulsierende Sternleiche. Eine 10 Kilometer große Kugel. Da sind anderthalb bis drei Sonnenmassen zusammengequetscht. Ein Neutronenstern bleibt übrig, wenn ein Stern explodiert. Ja, ist klar. Also das ist im Inneren. Dann bleibt so eine Eisenkugel übrig. Die hat sich gerade bis zur Grenze der Verformbarkeit sozusagen zusammengepresst. Die Materie hat aufgrund eines quantenmechanischen Druckes nochmal hier die letzte Widerstandslinie ziehen können. Und dann bleibt so ein Objekt übrig. Und weil der Drehimpuls bei einer solchen Aktion erhalten bleibt, schrumpft diese Kugel. Und beim Schrumpfen dreht sie sich immer schneller und schneller und schneller. Denn der anfängliche Drehimpuls, der im ganzen Stern steckt, der muss ja dann in diese Kugel rein. Und damit das Ding also erhalten bleibt, der Drehimpuls dreht sich das und dreht sich. Und so kommt eine Periode von 237 Millisekunden zustande. Mit anderen Worten, diese Kugel dreht sich viermal pro Sekunde um die eigene Achse. Und deshalb, weil diese Kugel auch noch Magnetfelder enthält, strahlt sie an ihren Polen, also Nord- und Südpol, wie ein Leuchtturm einen Strahl von elektromagnetischer Strahlung ab. So, und so entsteht ein Pulsarphänomen. Jetzt ist es so, der normale Pulsar, also der Otto-Normal-Pulsar sozusagen, der strahlt im Radiobereich. Also bei den langen Wellen, bei den niedrigen Energien. Geminga tut das nicht. Geminga tut das nicht. Geminga strahlt im Hochenergetischen. Es gibt zwar die Behauptung, man hätte Geminga schon im Radio entdeckt, aber es ist noch nicht verifiziert worden, die Entdeckung. Das ist noch nicht bestätigt worden. Bis jetzt ist Geminga einer dieser Röntgen- und Gamma-Repulsare. Der strahlt nicht im Radio. Nichts, gar nichts. Aber dass er ein Pulsar ist, sehen wir. Denn er pulst im Röntgen- und Radiobereich mit dieser angegebenen Periode von 237 Millisekunden. Warum der nicht im Radio pulst, weiß kein Mensch. Tut mir leid. Kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Wie überhaupt gepulste Strahlung zustande kommt, das kann ich Ihnen natürlich sagen. Also das kann ich Ihnen zumindest modellhaft, kann ich Ihnen das beschreiben. Denn an den Nord- und Südpolen eines solchen Magneten, eines rotierenden Magneten, können Sie sich ja vorstellen, das Magnetfeld ist wie in einem Stabmagneten, also die Feldlinien kommen an einem einen Pol raus und gehen in einem anderen Pol wieder rein. Das Ganze rotiert, ein rotierender Magnet, das entspricht einem elektrischen Strom. Und dieser elektrische Strom, der geht an den offenen Feldlinien aus der sogenannten Magnetosphäre heraus. Also um den Neutronenstern herum bildet sich eine große Magnetosphäre. Was heißt groß? Gott, ja. Also in dem Zusammenhang ist groß, ist eigentlich gar nichts. Also für einen Astronomen ist ja groß etwas, was über Lichtjahre oder Millionen von Lichtjahren geht. Ich habe ja schon gesagt, der Neutronenstern selber ist nur 10 Kilometer groß. Die Magnetosphäre, die ist in dem Fall vielleicht 5.000, 6.000 Kilometer groß. Aber es ist halt viel größer als dieser Neutronenstern. Also um diese kleine Kugel herum gibt es ein großes Gebiet aus Magnetfeldern. Und die Teilchen, die da strahlen, also wie dieser Puls zustande kommt, das sind die Teilchen, die aus der Oberfläche des Neutronensterns herausgerissen werden. Denn durch die Drehung des Magnetfeldes bildet sich eine Spannung, elektrische Spannung, an der Oberfläche des Neutronensterns, die ist eine Milliarde Mal stärker, die elektrische Kraft dort. Eine Milliarde Mal stärker als die Gravitationskraft. Das müssen Sie sich aber überlegen. Denn der Neutronenstern steht ja kurz davor, ein schwarzes Loch zu sein. Das ist ja die Kante. Wenn er ein bisschen schwerer wäre, dann wäre er ja zum schwarzen Loch geworden. Also die Schwerkraft ist schon stark. Aber die elektrischen Kräfte sind halt noch viel stärker an der Oberfläche des Neutronensterns. Naja, und so entsteht also Strahlung, weil die Teilchen offenbar entlang der Feldlinien herausgerissen werden. Spannung, das heißt, die kriegen auch ordentlich Energie. Und dann bewegen die sich entlang der gekrümmten Feldlinien. Erinnern Sie sich noch? Die Magnetfelder von einem Stabmagneten sind ja gekrümmt. Und so sind auch die, sehen Sie sie, die Feldlinien, ich verzeichne sie nochmal nach, sind ja gekrümmt, weil sie sich schließen müssen. Es gibt ja keine magnetischen Monopole. So ein Stern hat ein Magnetfeld wie ein Stabmagnet und die Teilchen laufen entlang der starken Feldlinien. Das sind ja wahnsinnig starke Magnetfelder. Ja doch. Ja, die sind ja 100 Millionen Mal, ach, was sage ich, eine Billion Mal stärker als das Magnetfeld der Erde. Da kann ein Teilchen sich nicht senkrecht dazu bewegen. Das geht nur parallel. Also nochmal, die Teilchen bewegen sich parallel entlang der Magnetfeldlinien. Und weil das Magnetfeld gekrümmt ist, bedeutet es, dass das Teilchen, das eigentlich gerade ausfliegen will, offenbar ja eine Kraft spürt, das ihn an dieser gekrümmten Feldlinie festhält. Und wenn ein geladenes Teilchen eine Kraft spürt, dann entspricht das einer Beschleunigung. Und zwar entweder einer negativen oder einer positiven. Also entweder gewinnt das Teilchen noch Energie oder es verliert Energie. In dem Fall will ich Ihnen eigentlich einen Strahlungsprozess erklären, der heißt Krümmungsstrahlung. Krümmungsstrahlung. Ja, also die Teilchen laufen entlang dieser Feldlinien und weil sie nicht geradeaus weiterlaufen können, sondern durch die Feldlinien gezwungen werden, deswegen emittieren sie Krümmungsstrahlung. Und so entstehen Röntgen- und Gammapulse. So könnte man sich das vorstellen. Könnte man. Scheint aber nicht so zu sein. Das scheint nicht der einzige, sagen wir mal so, das scheint nicht der einzige Strahlungsprozess zu sein, den wir hier sehen. Eine genaue Untersuchung, Inspektion der Strahlung von Geminga sagt uns was ganz anderes. Dass das gar nicht die Strahlung von Teilchen ist, die da entlang der Feldlinien rauslaufen, sondern dass wir tief in die Magnetosphäre hinein auf die Oberfläche des Neutronensterns gucken. Wir können die Temperatur des Neutronensterns aus der Röntgenstrahlung ablesen. Also nochmal, wenn man die Strahlung genauestens inspiziert, dann kann man das Spektrum der Strahlung dadurch erklären, dass man der Neutronensternoberfläche, und zwar in diesem Falle der sogenannten Polkappe, also da, wo die Feldlinien aus dem Neutronenstern rauskommen, ist ungefähr so groß wie, oh Gott, ein paar hundert Quadratmeter, nicht mehr. Es ist immer groß, sie geben einen Quadratkilometer. Sieht man die Temperatur dieses Bereiches eines Neutronensterns? Das müssen Sie sich jetzt mal überlegen. Das Objekt ist 552 Lichtjahre von uns entfernt, ist der naheste Pulsar, also ist ja doch schon eine Entfernung, auch astronomisch interessant, und dann sehen wir die Temperatur aus einem Gebiet, was also nicht viel größer ist als, sagen wir mal, ein Golfplatz oder sowas. Die Temperatur ergab sich als 2 mal 10 hoch 5 Grad, also runde 200.000 Kelvin oder sowas. Das ist die Temperatur des Neutronensterns. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt das da zustande? Dafür fehlen uns doch tatsächlich immer noch die richtigen Informationen, also eine genauere Temperaturmessung, aber es gibt einige Ideen dazu. Der Zustand, der physikalische Zustand der Materie, die diesen Neutronenstern ausmacht, wird, das ist eben die große Frage, weil Materie unter diesen extremen Bedingungen, also Kerndichte, Dichte wie im Atomkern, mit diesem starken Magnetfeld, das kann man natürlich im Labor ja nicht irgendwie erzeugen. Man kann ja keine Neutronenstern im Labor erzeugen. Man ist also darauf angewiesen, Theorien über Kernmaterie in einen Parameterbereich hinein zu extrapolieren, also Theorien zu verwenden, von denen wir wissen, die erklären ganz gut, kernphysikalische Prozesse, und die führen wir nun in den Bereich, den wir nicht direkt beobachten oder beziehungsweise den wir nicht direkt im Labor untersuchen können. Und dann stellt sich heraus, dass tatsächlich die Vorstellungen davon, wie ein Neutronenstern im Allgemeinen aufgebaut ist, dass die gar nicht so schlecht sind. Also, dass es eine Kruste gibt aus Eisen und dass darunter sozusagen ein Meer aus Neutronen und Quarks besteht. Eine sehr hohe Leitfähigkeit in diesem Stern besteht und deswegen gibt es so gut wie keinen elektrischen Widerstand. Und deswegen können die Magnetfelder in diesem Objekt auch so stark sein. Denn wenn die die ganze Zeit so verzwirbelt wären, dann würde das Magnetfeld immer schwächer und schwächer werden und würde irgendwann verschwunden sein. Aber der Pulsar, der Geminger, ist 300.000 Jahre alt. Und das Einzige, was man an, das kennt man, wissen Sie, woher man das weiß? Es gibt so viel zu erzählen, deswegen habe ich auch so schnell angefangen. Der Pulsar bremst sich nämlich ab. Durch die Drehung dieses magnetischen Dipols verliert der Pulsar Drehenergie. Und man kann die Änderung der Periode mit der Zeit messen. Und aus der Änderung der Periode lässt sich ausrechnen, wie alt er ist. Wenn man also jetzt so misst, wie viele Nanosekunden der pro Jahr so verliert, dann kann man sehen, aha, der war also, der ist ungefähr mit 300.000 Jahren. Vor ungefähr 300.000 Jahren ist dieser Pulsar entstanden. Vor 300.000 Jahren muss also ein Stern explodiert sein. Und es gibt durchaus Modelle, die sagen, dass die Geminger-Explosion dazu geführt hat, dass das Gebiet, in dem das Sonnensystem sich heute befindet, in einer lokalen Blase ist. Wenig Sterne, geringe Gasdichte, all das, dass wir also in einer kosmischen Heimat sind, die durch die Geminger-Explosion erzeugt worden ist. Geminger ist ein außerordentlich rätselhaftes Objekt, wenn es darum geht, diese niederenergetische Strahlung zu erzeugen. Wieso hat dieser Pulsar keine Radiostrahlung? Ich meine, die Strahlung, die man da sieht, das haben wir ja jetzt eben schon erörtert, ist also thermische Röntgenstrahlung. Das ist aber nicht alles. Es gibt ja auch noch die Gamma-Strahlung, also richtig harte Emissionen. Also richtig harte Emissionen. Und von denen, von der Gamma-Strahlung weiß man natürlich, die hat mit der Temperatur des Neutronensterns überhaupt nichts zu tun. Das sind Teilchen. Das ist nämlich genau Teilchen, die entlang dieser offenen Feldlinien da ihre Krümmungsstrahlung abgegeben haben, möglicherweise auch noch andere Strahlungsprozesse erlebt haben und dadurch eben diese hochenergetische Strahlung abgegeben haben. Das heißt, wir wissen, dass in der Magnetosphäre um diesen Pulsar herum oder andersrum, in der Magnetosphäre um den Neutronenstern herum es hochrelativistische Teilchen gibt. Und wir sehen dieses Phänomen der Gamma-Pulse ja auch bei vielen anderen Pulsaren. Aber da sehen wir auch Radiostrahlung. Warum sehen wir hier keine Radiostrahlung? Die Radiostrahlung hat einen ganz erheblichen Nachteil, hätte ich fast gesagt, also Unterschied zur normalen Strahlung. Sie ist kohärent. Sie ist also unglaublich intensiv. Da kann man ja Pulse beobachten, die haben eine Breite von zwei Nanosekunden. Das entspricht einem Gebiet, das ist 60 Zentimeter groß. Auf paar tausend Lichtjahre. Das heißt, die müssen sehr intensiv sein. Da müssen sehr merkwürdige Strahlungsmechanismen ablaufen. Also wir stehen bei Giminga tatsächlich vor einigen Rätseln. Na ja. Und auf der anderen Seite bewegt er sich eben mit 120 Kilometer pro Sekunde durchs interstellare Medium. Ein einsamer Neutronenstern, der durch den Raum pflügt und dabei ein bisschen Materie vor sich zusammenpresst und sie zum Leuchten bringt. So wie ein Komet praktisch. Das ist ein einsamer, eine einsame Sternleiche. Und Sie wissen ja, wie das mit der Einsamkeit ist. Die Einsamkeit wäre ja ganz schön, sagt Karl Graus, wenn man sich die Menschen, die man meiden möchte, aussuchen könnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017